Hallo und herzlich willkommen meine lieben Freunde, das ist heute zu einer weiteren Folge I am the Fish. Wir sind wieder hier in unserem schönen Glas und wir können uns nicht bewegen, ich hab keinen Controller dran. Sehr gut vorbereitet, ne? Also wirklich. Muss man sagen. Habe ich, ähm, bin ich ehrlich gesagt, gar nicht so dran gedacht. Ähm, Malermodus. So. Ein Polar getrennt, warum? Abfahrt. Ich hab da gar nicht dran gedacht, gerade bin ich ehrlich. Wir machen wieder das Level und im Nachhinein müssen wir dann gucken, ob wir dann die, was die Zeit sagt, ob wir da noch ein bisschen Brötchen sammeln oder was lassen. Aber es sind immer drei Level in dem Fischen und ganz zum Schluss werden wir auf jeden Fall versuchen, dann die Restleben zu holen immer. Bis wir irgendwann alles haben, alle. So viel, die wir mitnehmen können auf jeden Fall, nehmen wir gleich mit. Nicht wundern, dass ich ab und an so weiß, wo es lang geht, ne? Da ich mal gespielt habe. Weiß ich das halt auch. So grob halt, ne? So grob weiß man es immer. Oh Gott. Meine Ladeluke ist, glaube ich, kaputt hier unten. Wenn nicht, muss ich gleich mal einen anderen Controller anschließen, schnell. Oh nein, das Trampolin. Oh nein, oh nein. Ja. Oh nein, das. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh Gott, wo bin ich hier? Oh nein. Oh Gott, wo bin ich hier? Ja. Ja, cool. Hui. Oh, hier die Spritzen, Alter. Oh nein. Hey. Oh nein. Ich häng einfach im Becher fest. Sagt euch das, ne? Werft kein Müll. Egal wohl, ne? Werft dieses Zeug da nicht rein, ey. Guck mal. So ein kleiner, schöner Fisch. Muss jetzt da leiden drunter. Und wenn es nicht der Fisch ist, dann ist es ein anderes Tier vielleicht. Das ist also... Oh, da war knapp, ey. Fast wäre ich wieder in so ein Ding rein. Ja, perfekt. Hier geht's doch rein, bestimmt. Oh Gott. Hier. Hold auf. Also Werft kein Müll oder so in die Toiletten Egal wo rein, wie gesagt In Fluss Oh nein Aber ich kann nichts dafür Egal wo rein Wohin Machst du das So Wir sind in so einem Wascheimer Warum zum Teufel Bin ich in diesem Wascheimer Du bekommst mich nicht Aber es ist doch egal Du hast mich doch so nicht gebraucht Ich stand doch wohl ganz anders Klein Steinchen sind natürlich mies Oh 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 Möchte mal schauen ob es hier vielleicht ein Boot gibt Man weiß ja nie Aber ich glaube nicht Scheiße Was bist du? Es war ein Fisch in meinem Bucke Oh Okay Eigentlich hat er mir ja gerade geholfen Also So Mal schauen hier Also ich hab auch Ich glaube einen halten wir jetzt Ne Einen oder zwei Ähm Haben wir eingesammelt Bis dato Ah das war es Oder was Ah super Wo sind die anderen Wir haben noch nie mal Zeben Okay Wir machen auf jeden Fall nochmal von vorne Weil Wir wollen ja Ähm Die restlichen Toastboote an So Warte mal Nochmal Ich sag Checkpoint Wir beenden Ja Zu K Zurück Wir wollen einfach mal gucken Kurz Ähm Ja genau Okay Wir gehen wieder rein Und Holen die anderen So Wollen wir mal schauen Okay Also da Kann ich auf jeden Fall Nicht lang Weil Das würde mich Zerdeppern Wir müssen hier lang Hier gibt es auf jeden Fall Kein Toastboot Oder sowas Wir gehen jetzt runter Gehen wir auch Den anderen Weg Jetzt mal dann Ähm Um zu schauen Ob wir da Mal so einen Toastboot haben So Jetzt gehen wir Statt Eben gerade Da runter Gangen Jetzt gehen wir Hier runter Es wird ein bisschen Schwieriger sein Aber Ja Ist halt so Stopp mal 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 Oh okay Gut Es geht Nur über Das Trampolin Oh scheiße Oh Ah Oh 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 aber ich die frage ist ja schaut mal hier ist ein tostbrot das hatte ich vorhin nicht das hatte ich auf jeden fall vorher nicht so das habe ich ich dachte ich habe eine spritze in ich habe die einfach im auge stecken gehabt habe das gesehen so hier war auch ein 1 glaube ich genau hier wird bestimmt keins mehr sein sondern kurz vorm wasser also normalerweise dürften wir jetzt ja bin ich der meinung nur noch eins haben was fehlt hier ist keins noch irgendwo ok gut ok wir gehen jetzt mal rechts rum und schauen mal beim hinter seinem auto oh nein 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 da ist das brot das ist doof gewesen ach man ich habe es gesehen ach jetzt komme ich da nicht wieder zurück oder was ok passt auf wir machen level neu starten wir machen jetzt speedrun weil ich weiß ja wo es ist ich muss nur daran denken dass wir das gleich in diesem teich unten auch mitnehmen weil das werden wir jetzt verloren haben wie dann schon und schon Nicht einfach Also ist das auch scheißegal Wo wir lang gehen hier Von Weg her ist das nichts anderes Nur dass der leichter halt ist Also finde ich persönlich hier So Okay das ist weg Dann habe ich das doch Also hat es funktioniert Okay gut Dann holen wir jetzt Nur noch das letzte Das ist ja Vor dem Auto Das haben wir ja Herausgefunden Wird ein bisschen Tricky Das zu bekommen Aber Ich sehe es eigentlich Positiv bin ich ehrlich Oh nein Da habe ich mich an so einer scheiß Spritze Festgesippelt Wollte gerade sein Das schwimmt ein Tampon Alter Aber nee Ist zum Glück keiner Das wäre jetzt auch wirklich eklig Das wäre jetzt auch wirklich eklig Ich glaube ihr würdet das nicht toll finden Aber ich auch nicht Wirklich Speed One Bis zum Auto auf jeden Fall Speed Ich darf jetzt nicht da rüberrollen Wir versuchen jetzt mal Rechts am Auto vorbei Okay das hat nicht funktioniert Aber ist ja egal Weil Ohne Probleme Haben wir es da hinbekommen Also das Boot Jetzt heißt es ja nur noch den Run machen Und dann sind wir ja durch Dann könnten wir Ich bin da meint Wir haben jetzt wirklich alle Tourist Brötchen Dann gehen wir nochmal in die erste Welt Und holen da auch das letzte Mit kleinen Steinchen nerven Eigentlich wenn er mich umstößt Das ist voll der Mörder Was ich mache? Ich möchte zurück ins Wasser Alter Hey Fehlt noch eins Es fehlt noch eins Guck mal 538 Aber wo ist denn das? Trumpel Im Park ist noch eins Okay Im Park Das heißt Wir müssen nochmal durch Und im Park Suchen Oder wir gehen In den ersten Und ein Fisch Äh Wo ist ein Fisch Tilt Wir gehen noch mal rein Wir gehen noch mal in den Park Und wir gucken Wir schauen einfach in den Park Also es heißt wieder Speedrun Und oder Es kann ja nur im Park sein Dann bestimmt Irgendwo halt Auf der rechten Seite Kann ich mir gut vorstellen Wir gehen noch mal in den Park の so was geht hier flotti karotti so 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 das letzte Toaststückchen muss im Park sein auf der rechten Seite ich hoffe es auf jeden Fall wenn nicht kann ich es auch nicht ändern haben wir hier auch ein Toaststückchen was noch fehlt zum Ende der Folge nein oh man Kinder es werft euer Müll nicht hier rein ey ich wäre schon drüben wenn ich nicht nicht da hängen geblieben wäre an dem Ding ey aber weil ich da hängen geblieben bin so jetzt kommen wir gleich in den Park schade dass man nicht direkt da rein gehen kann also sagen kann hey ich möchte da Parknähe so wir starten um wir fahren jetzt gleich nach rechts beim Park also wenn wir im Park sind gleich rechts hier lang nein ich komme nicht weg oh Gott das schaffe ich doch nicht okay okay da ich siehs ich sehe es ihr auch da ist es da ab ins Ziel wir haben alle Toastboote ich sehe das jetzt erst die da hinten machen Yoga Läuft alles willkommen 5,12 9 Rekords sogar gemacht nicht schlecht nicht schlecht nicht schlecht so wir könnten ein paar Minuten haben wir nämlich noch und lass uns nochmal reingehen wir haben ein Fisch Telegram was ist das Fisch Telegram lass uns einmal reingehen wir gucken nochmal was ist das Fisch Telegram ich weiß es nicht bin ich ehrlich schau schau dass man es skippen kann immer zum Schluss halt nochmal in den ersten links rein aber ist ja relativ egal ich will dieses Fisch Telegram und abfahrt genau Tür ist offen lass uns abhauen kleiner Mann kann euch sagen es wird noch extrem schwer so wir werden bestimmt Sachen haben das werden wir nicht in einer Folge schaffen weil ich mich also nicht mit dem Brot und so weil ich mich darüber so aufregen werde weil ich das nicht schaffe vielleicht beim ersten Mal komm mal Fisch Telegram ein scheiß Turstbrot fehlt noch oh ich bin die kleinen Fisch so süß ne bin ich ehrlich wir sind da lang wir wollen jetzt hier lang wir müssen da lang los eins verm�en oh Gott das wir brauchen wir bạn das Ich weiß nicht, wo das ist, bin ich ehrlich. Da ist es doch. Wir rollen genau drauf zu. Zack. Und das war das letzte Toast-Boot auf der ersten Karte. Wir müssen jetzt nur noch eigentlich schnell ins Wasser runden. Und dann ins Meer und dann haben wir es geschafft. Und vielleicht auch hier mit einem neuen Rekord. Wäre ja ganz cool. Wenn wir es natürlich gleich unten über die Straße schaffen, weil die Straße ist natürlich mega kacke. Also die Straße unten, die war wirklich Horror. Jetzt mal. So. Ah, ich sehe sie schon. Ich sehe sie schon. Und jetzt sind wir an der Straße angekommen. Jetzt müssen wir den passenden Moment eigentlich nur noch finden. Da kommt ein Auto. Da kommt auch eins. Aber das sollten wir hinbekommen. Dass wir rüberkommen. Und wir sind im Wasser. Wir haben es geschafft. Mit einem neuen Rekord. 5,33. Alle Toast-Boot. Perfekt. Und damit sind wir am Ende dieser schönen Folge von I am Fish. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Auf jeden Fall. Ich verlinke euch unten so ein bisschen ein paar Videos von dem lieben guten Düssel und sowas. Schaut da gerne rein. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn wir ins, ähm, in die, ähm, ins dritte gehen, ne? Nächsten Mittwoch gehen wir in das dritte, dritte Level rein. Und dann schauen wir, was wir da so haben. Also, ne? Das brauchen wir hier nicht. Also haut rein. Dankeschön fürs Zuschauen. Und bis dann, ne? Macht's gut. Tschüss. Kosti. We're hiding.